In diesem Projekt kommen wir in eine langvergessene Zeit zurück, nämlich in die Eiszeit, aber nicht nur das, es bauen da täglich die mächtigsten Zombies, die ihr je gesehen habt. Sie werden uns selbst in den tiefsten Minen verfolgen, sie sind in der Lage Dinge zu bauen, abzubauen, zu sprengen und noch vieles mehr. Sie sind so stark und schlau, es ist so, wie wenn dich hunderte Spieler in deiner Welt verfolgen würden. Jedoch haben wir in den ersten paar Tagen den Vorteil, dass sie sehr langsam sind, also sie bewegen sich äußerst langsam aufgrund der vorherrschenden Kälte, aber später werden sie auch noch in der Lage sein, schneller als wir zu sein sogar. Die Zombies würden selbst durch unzerstörbare Blöcke Wege finden, um in meine Base hineinzukommen, etwas zu sprengen oder mir einfach nur zu schaden. Das ganze Land ist gefahren und es wird äußerst schwer, Essen zu holen, da selbst die Tiere mich angreifen und ich meine damit alle Tiere, jedes Tier. Wir sind also allein in düsteren Zeiten unterwegs, wo Schnee, Eisen, Monster aus der tiefsten Hölle herrschen. Jeder und hiermit meine ich wirklich jeder Einzelne ist gegen uns und wir werden versuchen hier und heute in dieser grausamen Welt hier zu überleben. Falls du jedoch solche Formate, also allgemein solch 100 Tage und Minecraft Hardcore Projekte feierst, dann lass gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich extrem unterstützen und du würdest übrigens auch noch nichts mehr verpassen. Und danke an jeden einzelnen Abonnenten, wir sind jetzt mittlerweile über 1400, das ist so eine extreme Zahl auf jeden Fall. Ihr seid einfach Ehrenmänner und Ehrenfrauen, Küsse gehen dann auch raus, vielen Dank. Ich bin als erstes auf einem Eissee gespawnt und ich behalte mich auch direkt, weil ich wusste, wie stark und gefährlich die Monster in der Welt hier sein können und außerdem wusste ich nicht, was unter dem Eis so lauerte. Ich machte mir zunächst eine Holzspitzsacke und ersetze sie dann später noch durch Steintools. Ah ja, der Macher von dem Modpack hat auch eine Welt dazu, aber dafür müsste ich dann Geld ausgeben und für eine Map gehe ich sicher kein Geld aus. Aber ich finde es so eigentlich sowieso viel besser, wie es hier ist eigentlich. Ich war vorsichtig beim Tier töten, da ich wusste, dass diese sehr aggressiv bzw. eigentlich neutral sein können auf jeden Fall, aber wenn man sie instant killt, stört sie das anscheinend nicht. Das erste, was ich in den ersten Höhlen fand, war auch das hier, keine Ahnung. Ich holte noch Kohle und war vor allem danach auf der Suche nach einem Stück Wolle, denn so viel würde ich für ein Bett noch benötigen. Letztendlich fand ich nichts, Kuh griffen mich dann noch an und ich gube mich runter. Ich war immer unterwegs, weil mir im Klaren war, dass die Zombies sich auch durch Blöcke graben bzw. bauen können und selbst die haben schon Iron Tools. Bedeutet, sie wären viel schneller unterwegs als wir da unten. Der erste Zombie kam und ich habe mich auch extrem erschreckt, danach war ich noch mehr auf der Hut. Oben angekommen waren noch ein paar Kür auf mich sauer und ich erledige das hier auch. Übrigens, eigentlich wäre auch eine Mod dabei, wo mir kalt werden würde und ich müsste auch ihn nicht wieder trinken und so weiter. Also etwas, was mit der Temperatur zu tun hat und auch eigentlich passen würde zu der Eiszeit hier. Jedoch könnt ihr das selber mal schauen. Die Mod Tough As Nails funktioniert jetzt nur noch mehr auf den Versionen 1.16 und 1.17, glaube ich zumindest auf alle Fälle nicht mehr auf dieser Version hier. Dafür habe ich eingestellt, dass die Zombies deutlich stärker sind. Ich glaube, das gleitet sich ganz gut aus. Ich versuchte mit meinen Iron Wand Dias zu finden und fand dann auch noch später welche sogar. Heute sah ich wie aus dem einen leeren Raum dort, wo ich mit dem Iron Wand gearbeitet habe, Horden von Zombies rauskamen. Sie gruben sich schon durch und Leute, ich hatte noch nie so eine große Angst, Mann. Irgendwann war ich oben und ich konnte mir endlich meinen Mining Wand machen. Bedeutet, ich musste nie wieder in den Zombie-verseuchten Untergrund. Ich fand eine Rune, welche normalerweise auch gut ist, aber ich hatte danach zwei Minuten lang Gift. Gerade wo ich am Regenerieren war, kam ein Blattmond. Und ja Leute, ich habe gedacht, ich wäre wenigstens in diesem Modpack hier befreit von ihm oder sicher von ihm, aber nee, der holt mich immer ein irgendwie. Ich grube mich runter und überlebe halbwegs diesen Müllmond, diesen blöden. Mit meinem Mining Wand holte ich mir zwei Dias, womit ich mir einen Blockverstärker crowden konnte. Mit dem kann man nämlich, ja, Blöcke verstärken. Aber nicht nur ein wenig, nee, sie werden danach unzerstörbar. Zumindest halbwegs. Ich als Spieler hätte trotzdem ein paar Möglichkeiten, sie zu zerstören. Die einfachste wäre ja halt mit diesem eingewissen Tool aus der Mod, aber die Zombies können das nicht. Und deswegen fing ich direkt an, ein kleines Haus aus den Blöcken eben zu machen. Wo ich dann auch hoffentlich sicher für die Nacht wäre. Ah, der Blattmunkam. Und ich war auch sicher, fürs Erste zumindest. Mir war sogar ein wenig langweilig, wie man hier vielleicht sehen kann. Trotzdem wurde ich manchmal von Explosionen heimgesucht. Ich platzierte auch einen Block, wo alles einfach schweben würde, außer die Leute, die spezielle Bootsäben haben, so wie ich. Ich kam raus und alles, alles war in die Luft gesprengt worden. Ich müsste auch nach jeder Nacht die Zombies töten, die noch übrig waren. Was auch noch natürlich sehr gefährlich sein kann, denn vor allem ich hatte noch gar keine Tools. Den ganzen Tag habe ich an einem Geschütz gearbeitet, aber dann kam der nächste, Blood Moon, welchen ich ausgesessen habe wieder mal. Heute schossen mich ein paar Skelette an. Die Pfeile waren durch den Gravitationsblock auch etwas weird, genauso wie die Schüsse meiner neuen Gun. Den restlichen Tag war ich groß am Ressourcen holen. Ich hatte danach nämlich mehr Stacks, Iron, Gold und so weiter. Und noch einige Dears auf jeden Fall. Alles war nice, bis ein neuer Blattmunkam schon wieder. Heute wollte ich mir einen besseren Blockverstärker craften und bräuchte dafür auch einen Tintensack. Ich hatte ihn und machte unter meiner Base ein wenig frei, damit ich mehr Buchstaben bekommen würde. Und dieses habe ich dann umgewandelt und eine Art Balkona mitgemacht. Heute war endlich mal wieder kein Blattmunk da und seht euch mal diese Zombie-Horden an. Meine Güte. Heute habe ich die vielen Zombies getötet und wollte dann weiter schauen, ob ich vielleicht mehr essen oder einfach irgendetwas Neues finden würde. Vor allem aber suchte ich einen Sumpf für Lianen, denn Lianen könnte ich mit einem bestimmten Block bzw. Maschine in Spinnenweben umwandeln. Bzw. Fäden meine ich eigentlich. Wieso keine Spinnen töten? Naja, weil es halt keine gab, sie spawnten irgendwie, wieso auch immer nicht. Später ging ich wieder ins Bett. Heute fand ich endlich einen Sumpf und nahm ja auch welche mit, also Lianen. Ich hörte auch ständig unterm Eis oder Wasser irgendwelche kranken Schreie. Viel schlimmer als die Zombieschreie. Wirklich schlimm, vielleicht hört ihr sie jetzt aber nicht, aber ihr könnt auch vorstellen, wie schlimm sowas ist. Später kam ich nach Hause und erweiterte die Base noch. Ich hab dann auch noch sogar die Lianen angepflanzt, wobei ich Angst hatte, dass es zu kalt für sie wäre vielleicht. Eine unendliche Wasserquelle wurde gemacht und ich habe Gunpowder-Sugarcane und Melon auch noch angepflanzt. Ich hatte meine ersten zwei Geschütze, welche auch für mich extrem gefährlich waren, weil wenn sie irgendein Ziel anvisiert haben und ich da dazwischen stehen würde, würde sie das nicht jucken, sie würden weiterschießen. Heute holte ich hauptsächlich Ressourcen und killte Zombies. Ich wollte auch zu dem einen Dorf in der Nähe hinschauen, aber ich wollte nicht den Teardown, die Zombie-Horden auch noch zu den armen Villagers schicken. Deswegen lasse ich das auch einmal fürs Erste. Heute fing ich an, den Bergnehmern immer mehr abzubauen, da ich einiges an Buchstaben benötigen würde für meinen Bunker. Bunker ist irgendwie so ein trostloses Wort, so irgendwie klingt irgendwie so schlecht, finde ich. Aber von innen würde es wirklich nicer sehen einmal. Ich hatte nämlich schon eine spezielle Idee dafür. Weiter fand ich auch die ungefähre Form halt so, wie ich den Bunker gerne haben würde und zimmerte danach den ganzen Tag auch noch die Wände hoch. Es sieht dann auch so ein bisschen so aus, als würde ein Riese drin leben oder so ein Zyklop oder irgendwas. Aber ich würde da nämlich auch eine zweite Wand oder einen zweiten Boden oder Decke und so machen, damit es von außen im Geschütz ist, aber von innen auch sehr schön ist, wisst ihr? Ich farmte den heutigen Tag wieder einige Ressourcen und platzierte sogar noch die Fenster. Heute war wieder Buchstaben gesagt und deswegen dürfte der Berg auch mit der Zeit immer mehr verschwinden, genau wie bei den Rohstoffen im echten Leben. Der große Abteil des Bunkers würde halbwegs fertig, jetzt musste ich halt nur noch meine einen Raumbase mit dem Rest halt verschmelzen so. Damit ich mich halt beim nächsten Blattmann im ganzen Haus bewegen könnte und auch noch sicher wäre natürlich. Ich holte wieder Buchstaben und farmte zwischendurch auch noch ein wenig Ressourcen. Es ist halt auch wichtig, dass immer genug Eisen und so weiter bei Hand ist. Ich habe noch einige Sachen gemacht und konnte wieder einmal ewig lang nicht schlafen. Heute wollten mich die Zombies wieder einmal schnappen und es leckt auch kurz. Weil das Türet auch Bock hatte, drehte sich einfach so um aus den Nichts und hat halt losgeschossen und hat mich dann in die Zombiegrube geworfen. Dort wäre ich auch im Übrigen fast gestorben. Nur zu dem Fall, dort liegt auch so viel Bruchstein, weil die Zombies sich immer wieder raufbauen, um dort eben zu versuchen in meine Base hinein zu kommen. Ich entferne das Bruchstein und selbst in meiner Base spawnen irgendwie Zombies, wahrscheinlich weil es zu dunkle an manchen Stellen war. Weiter habe ich alles verbunden in meiner Base und halt noch das letzte Glas platziert und so weiter. Und ich wollte noch am Abend über riesige Berge drüber, damit ich etwas Fichtenholz finde. Aber als ich fast so weit war, kam der Blattmann, der nächste. Ich beeilte mich wirklich, denn hier wären die Zombies schon viel schneller und gefährlicher als vorher, also von diesem Zeitpunkt her aus. Aber ich schaffte es noch heil und im Ganzen in meine Base zu kommen. Das Beste ist es wirklich, wenn die Türet einen runterhauen. Ich liebe es. Krass, wie ich bin, snipete ich dann auch die schwimmenden Zombies weg und holte mir auch noch ein wenig Holz. Ich hatte es endlich und dann auch die Setzlinge für die Fichtenbäume und war schließlich wieder in meiner Base. Heute kam ein Blattmann des Todes und in dem musste ich mehrere Male mein Spiel neu starten, weil es so krass gelegt hat und alles um mich rum explodiert ist. Also alles rund um die Base. Die Base hat schon dicht gehalten. Ich hatte die mehr krassen Lags irgendwie überstanden. Ich weiß wirklich nicht wie. Ich verbrachte die Früh damit, die restlichen Dutzenden Zombies zu beseitigen. Den restlichen Tag war ich irgendwie mit den Ausläufen der letzten Zombie-Horde so beschäftigt. Ich musste auch neue Tüts platzieren, Blöcke kaputt machen und noch vieles mehr. Ich hatte nichts mehr außer verrottetes Fleisch zu Hause, also nichts mehr zu essen. Meine Melonen wurden durch die Explosionen, die durch die Blöcke gingen und deswegen musste ich auch gezwungenerweise ins Dorf hinschauen. Ich war mega vorsichtig, denn ich hatte wirklich nicht mehr sehr viel Leben oder Essen und ich fand auch noch sogenannte Tages-Zombies. Und auch hier war alles überranzt, zerstört, zerbombt. Die Zombies haben auch hier die armen Überlebenden heimgesucht. Anfangs habe ich noch alles nachgepflanzt, also die Beete und so weiter. Obwohl ich mich dann erinnerte, es war eh niemand mehr da, um das Feld zu bearbeiten. Also habe ich es dann auch gelassen. Zu Hause baute ich ein Drittel der Kartoffeln an und den Rest brate ich dann noch zu Ofenkartoffeln. Ich machte später eine zweite Schicht, da ich die ganzen Explosionen nicht mehr aushalten würde. Einige Erledigungen wurden dann auch gemacht und heute kam wieder ein Blood Moon, wo ich euch das Ganze jetzt aber wieder mal ersparen werde. Ich machte mir ein neues Multitool, farmte Ressourcen und holte Holz. Später entdeckte ich den Lavasee und kam dann auf die Idee Lava unter meine Base zu machen. Denn die Geschütze würden aus Erfahrung her überleben, also die Lava würde ich den jetzt anhaben. Und wenn die Zombies irgendwie versuchen würden, sich unter der Base hochzubauen, um TNT eben zu platzieren, würden die Tuits sie entweder töten oder in die Lava hauen. Oder die Lava alleine beseitigt sie schon. Ich fing dann auch an, den ganzen Hasen zu machen, ging dann aber später auch noch pennen. Heute machte ich die Lava fertig und versuchte sogar jeden einzelnen Lavablock irgendwie ein wenig zu erweitern. Ich sortierte ein wenig meine Items und fing dann an, einen schönen Boden zu machen. Betonung auf schön. Am Vortag schmolzte ich noch etwas Stahl, um mir eben ein Stahl-Multitool zu machen und das machte ich heute auch. Stahl und das Stahl-Multitool besteht eben im Prinzip nur aus Kohl und Eisen und ist sogar auch noch stärker als ein Dier-Multitool, also ein Schnäppchen sozusagen. Ich holte noch etwas Holz und verbunde sogar noch die verschiedenen Böden miteinander. Sagen wir es mal so, die ganze Base ist von innen noch ein Rohbau, aber in den nächsten Folgen werde ich das Ganze auch noch auf jeden Fall viel schöner machen. Aber ich finde trotzdem, dass wir einiges in unserer Welt heute erreicht haben. Wir haben innerhalb 25 Teilen die schrecklichsten Kreaturen, das eisige Wetter, allgemein Minecraft Hardcore noch einiges anderes überlebt oder auf jeden Fall auch noch gemeistert. Einen fetten Bunker haben wir auch noch errichtet, welchen ich in den nächsten Folgen auch noch mega nice machen würde. Also auch noch besser, schöner und sicherer. Falls du einen nächsten Teil sehen willst, dann schreib es mir gerne unten rein und schau dir auch gerne ein weiteres Video hier an. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.